hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play castle ultimate immer noch wir zwei hübschen und nicht drei hübschen schade wo ist denn hier das glöckchen ach golem ah da steht es ja kein werk bench brauche ich schneller quads und ein stick okay ich glaube das sollte jetzt nicht so schwer sein klingt sehr kompliziert ja es ist schon anspruchsvoll in gewisser weise nein krieg nicht so dass das ist aufgeladen genug das xp bildchen was passiert denn was auch geräusche doch das macht eigentlich geräusche ich höre nix vielleicht nur wenn ich es auf dem golem anwende okay dann brauche ich einmal ich brauche es nicht einmal ich brauche zwei schiff rechtsklick nimmt sie komplett auseinander glaube ich okay nur rechtsklick dann nimmst du da sammeln sie praktisch wieder ein mit allen upgrades so wie sie so wie sie sie hast halt okay dann brauche ich einmal den chor einmal den spinnenangriff so ich einmal dich einmal dich und einmal dich halt ich brauche noch eine kiste wo sie das einlagern moment kiste taktisch nicht verkehrt die ganze bobble einsammeln aber ich mache ich gleich eine doppelkiste nachdem ich denn da wo wir noch mehr holz so so was haben die für ein radius 16er oder ein 8er was für ein upgrade hast du denn gemacht bis jetzt habe ich noch keinen upgrade rein also ich habe sie noch gar nicht aufgestellt so machen wir da die kiste hin halte ich kiste so dann den hier ging es noch mal rechtsklick auf die kiste genoten ist jetzt an die kiste gebunden und dann bist du der gatherer und er geht gleich mal sammeln süß dann kriegst du noch ein speed upgrade bleibt stehen bleibt bleibt stehen so dass er dann speed upgrade so und dann brauche ich noch den anderen golem du kriegst den harvester einmal den der mit der server wieder anpflanzt und speed upgrade so das sollte das erst mal ganz gut von alleine funktionieren ja irgendwie spinnt der hier gerade rum warum spinnst du rum ich nehme dir das mal ab ok da hat was im wasser gesehen aber bin ich eingesammelt ja das ist ja jetzt das habe ich die mental die blöde px ich möchte mal irgendwo da 10 10 10 genug ich hoffe ich hoffe dass sie genug sind so habe ich habe ich glöckchen gemacht habe ich glöckchen habe ich glöckchen kannst du ein regal machen oder irgendwie sowas von unten in die werkstatt hängen also ich brauche ein endertank für das dann brauche ich einen endertank für die modessenz da geht mir doch glatt wieder so blazes und ach das so ich kenne das jetzt noch mal was denn so ein regal ja wegen slabs ach slabs war es jetzt da ok so und dann hier unten hängen hängen oder kommt ihr das glöckchen hin wir haben endlich ob sie für alle natürlich kann es nicht aufhängen es klingelt immer das golem glöckchen das passt da nicht rein das ist das ist ein das ist ein werkzeug regal wo ist das regal da müssen wir da müssen wir in der konfig das ändern wasser aber warte hier macht hierhin nehmen den eimer wasser mal runter stellt da ins regal geht nicht es klingelt da probier es klingelt das gemacht mit lehrer hand rechtsklick auf das regal und dann einfach in den freien slot legen wir haben jetzt hier unsere ob sie quelle auch gerade hier unten bei den maschinen der auch automatisch gerade was wohl und schickte das dann bitte nirgendwohin erst mal ach du hast es rausgenommen jetzt dabei verschwunden ist doch ja schon so hast du hast es wegen der energiezwecks quodri da müsste man eigentlich eigentlich ein tesserakt bauen ja das heißt sie brauchen acht ender perlen für ein tesserakt für einen ja dann bauen wir auf gott nein wir brauchen ja auch noch in der room und das noch mal mit einer perle unter anderem trau mich aus ein eis sie gemacht ich brauche auch wir brauchen acht ender perlen protesserakt auch zum füllen ja da ist alles mit drin aber es sind halt acht ender perlen natürlich noch mal auch immer fischer oder ja ich mache noch mal fischer du und du du und irgendwer da drüben und du und du und jetzt wird groß geworden so schaut wo das euch noch ein paar andere fische ich in den käfig schmeißen und die töten wir dann ja genau kann man auch machen und das gibt mir mal meine grafen tigern stimmt es ist eh grad nacht das ist ganz praktisch na komm her ich müsste mich noch mal vom blitz treffen lassen du musstest dich vom blitz treffen lassen warum fliegen die wenn wir eigentlich immer hoch die fücher na komm her so den habe ich jetzt mal sanft abgesetzt oder wir müssen endermann moment ich bin so wie ein zauberstab wieder nicht auf du kommst du mal mit das geht es dir eigentlich dann das ist nämlich hier noch so hier sind schicken aus ein skelett bitte kommen sie mit oder das drehen skelett baden hat das ein creeper kommen sie mit lustig die monster ein treiber hier sind ganz viele zombie wird langsam tag damit kommen wir nehmen sie in gewahrsam sie haben das angestellt sind dann zum wie wir haben punkt punkt angestellt warum mache ich so kompliziert weiß nicht weil du darauf stehst anscheinend längs muss ich rechts nehmen ich habe schon zwei da sitzt aber tag ist obwohl wenn ich dir darunter stellen sind hier geschützt verraten das mal schnell so ein bisschen ich hatte dich ich hatte ich stirb nicht das hat das so zuvor gebracht toll jetzt gibt es natürlich kein mehr du sagst du hast zwei einmal das sind sechs perlen habe ich nicht rausgekriegt ja gut eigentlich haben wir genug perlen wir haben 19 perlen ja okay es reicht jetzt sogar für zweites raktion so viel braucht man ja auch schau mal vielleicht finde ich noch irgendwo vereinzelte viecher zipp zipp paar creeper gut wollte ich jetzt eigentlich noch ja toll jetzt habe ich den creeper kopf ich glaube das reicht jetzt auch mal wieder ich brauche noch einen endertank ein endertank hast du genug blazes dafür nein eins fehlt sag ich kurz weil ich immer kurz in twilight forest genau geh du mal da gucken ich geh doch mal nochmal in den netzbau das war doch hier irgendwo daneben der schlucht da ist ein spawner ich bin ja schon so oft hier im netzau gewesen und ich habe es bisher immer noch nicht geschafft einen wöder skelettschädel zu holen leidro blöd ich habe hier ein bisschen mehr platz halt ich habe doch ein hammer was was machst du denn du schon wieder Garst! Stirb! Ja! Hm? Achso, doch. Es fehlt mir. Achso, oh du. Da ist schon wieder so ein rotes Fragezeichen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es! Blazes, drei Stück. Was? Kein Bla... Die verarschen mich doch. Hm? Ich habe gerade keinen Gunplay-Strap bekommen aus den dreien hier, die ich getötet habe. Ich musste sie zärtlicher töten vielleicht. Anscheinend. Es ist sicher dann geneigt, etwas fallen zu lassen. Hm. Ja, das sind wieder welche. Na, die sind was für seiner. Das gibt es uns aber gehäuft. Ich kann hier gar nicht im Buch lesen, weil ich wohl was nachschauen. Weil Freddy mir geschrieben hat, dass man... Dass man mit Thaumcraft irgendwas gibt, womit man fliegen kann. Aber ich glaube... Wo könnte das denn drin sein? Was, dass es bei Thaumcraft irgendwas gibt, womit man fliegen kann? Ja. Item jetzt. Ich weiß... Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ich habe einen Kommentar gerade nicht mehr im Kopf. Also für meinen Magic World LP, weil ich mich ja gerade meinen Baum hochbaue. Tut mir leid, aber das gucke ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was lieber... Ich wollte schon Amnesia sagen. Am Monde Sleep. Am Monde Sleep, genau. Oh ja, Kaden spielt Amnesia. Ja, habe ich ja gesagt. Nach Am Monde Sleep kommt Amnesia. Ach. So, was macht jetzt... Mein VLC-Player wollte jetzt gerade Stargate wiedergeben. Hm. Und heute hören sie Stargate an der Playlist. Moment. Wie viele Playtrots soll ich denn mitbringen? Ich habe gerade fünf. Ich habe jetzt vier. Ich habe hier aber noch irgendwo Platz. Hm. Ach, da war es ja nicht Ärzte, bis da wieder was kommt. Ich denke, dass ich super tier bin. Ich komme wieder zurück. Ach, mein Base. Das ist Nummer 6. Na, nein nehmen wir noch nicht. So, welche Farbe nehme ich denn jetzt für die Mopsens? Grün. Grün sagst du? Mopsens ist doch, naja, fast grün. Glühn zu glühn. Ist glühn zu glühn die Mopsens? Ja, die Mopsens. Glühn zu glühn. Ich habe doch hier irgendwo Kaktusse reingepackt. Was sind das? Ach, Rubies. So. Ah, ein Blaze. Guten Tag. Gute Nacht. Ich bin jetzt bei 9. Ja, es gelangt schon. Muss aber noch Erze sammeln. Manch viele Erze. So. Oh, was ist denn? Looks like Uran. Looks like Uran. Oh, was ist denn mit einem Reaktor? Ach, fuck, ich vollidiot. Was machst du denn schon wieder? Nix. Mhm. Nichts hört sich anders an. Gar nichts. Gleich gar nichts? Ja. Soll ich gucken kommen? Nein, gar nichts. Scheiße, wir wollen mehr. Ja. Mhm. Muss ich mir jetzt die Folge anschauen. Damit ich weiß, was du getan hast. Und dann bleibe ich jetzt die ganze Zeit hier so in der Ecke stehen, hier so. Alles gut. Ich sehe ja trotzdem, was du gebracht hast davor. Nein, das schneide ich alles raus. Ich dachte, du nimmst doch mit OBS auf, damit du eben nicht schneiden musst. Da. Ich komme wieder zurück. So. Toin. Das Schwein ist wieder da. So. Schmeiß mal die Erze hier rein. Halt. Ich hab den Chart hier reingeschmissen. Sind hier nicht die ganzen Charts drin? Die müssen doch runter in die Küche. Äh, so. Was machst du denn du da? Ich hab nur die Tanks eingefärbt. Achso. So. Achso, Blazeros hätte ich vielleicht auch reinschmeißen können. So. Achso, Blazeros ist eigentlich schon furcht, ja. Was machst du jetzt? Du bist in der Wasserwelt, oder? Ja, ganz kurz. Wah, Enderman. Meins. Meins. Weil, ähm, ich mach jetzt gleich hier noch ein Update, weil wenn wir hier die Endermänner killen, oder Mobs generell, fällt ja auch wieder Mobessence an. Ja. Ja. Und dann wird das hier von dem Seer auch wieder aufgesaugt. Ja, aber ist ja nicht genug, oder? Ja, nicht genug, aber ein bisschen was immerhin. Hm. Brauche ich aber noch einen Endertank. Bleh. Achso, ist ja noch zwei Mobessence drin. Und ich brauche noch mal Kaktusse. Da, 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 da. So, dann können wir eigentlich gleich die Folge wieder beenden. Was? Was ist das? Was ist das? Weil Zeit? Achso. No. Warte, lass mal kurz was gucken. Ich glaub ich hab wirklich überall die Facecam einbauen, dann hätten wir erzählen können, wie ich mir ein Facepalm gebe. Äh. Ja, gut, äh, bis wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss. 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 Tschüss.